Willkommen zurück zu RumbleRoses und wir machen weiter mit Sargent Clements im Banyanzug. Werden wir ihn schon haben? Wieso nicht? Danke für die Klicks und weiter geht's. Als Gegner nehmen wir mal Becky? Ja wieso nicht? Im Banyanzug und los geht's. Ich möchte ihn wieder auf gut bekommen. Was machen wir denn da? Für einen Killermove, das wäre gut. Dann Waffen wieder aufnehmen. Ja das kann ich auch sehr gut. Und flanken den Ring nicht. Hat letztens mal sowieso nichts gebracht, also lassen wir es. Gut ich hoffe ich, also was haben wir jetzt? Killermove? Ja. Ja. Waffen und Ring nicht. Okay, mindestens 2 von 3 sollte ich ohne Probleme hinbekommen. Okay, los geht's. Ladies, auf ins Gefecht. Ja, ich habe übrigens, ich will jetzt niemanden persönlich angreifen. Ja, jemand hat mir geschrieben, äh, zu viel Titeln auf den Thumbnails. Und ähm, man könnte in meinen Account wegen Nacktheit melden. Also, sorry. Erstmal, da kenne ich den schlimmen Content. Und zweitens, wer sich wegen sowas aufregt, der legt sich halt wegen sowas auf. Okay, somit habe ich das Thema auch gehabt und... Ja. Also, Dead or Alive 5 und das hier. Finde ich schön. Machen auch Spass, die Spiele, machen auch Spass. Ganz ehrlich. So, ich muss sagen, Dixi Clemens ist nicht so... Also, das haben wir jetzt immer reingeschnitten, ne? Mit dem Gürtel, da schneiden sie immer rein. Okay. Also, Dixi Clemens ist nur ein klein wenig... Ja, das werden wir dann im Becky teilnehmen. Mhm. Gut. Schaukampf! Ich meine, es ist doch schön, wenn mal zwei Projekte auf meinem Kanal schön angekommen. Wieso soll ich dann, äh, das nicht nachbringen? Finde ich jetzt. Aber vielleicht ist es halt nur meine Meinung. Okay, voll der Bitch-Movie. Ist ja alles kosch, äh, kein Problem. Was ist denn so am Pin? Echt? So! Ich weiss gar nicht mehr, ich hab die... Ganz ehrlich, das ganze Let's Play, die erste Staffel, hab ich an einem Strutzfass aufgenommen und ich weiss wirklich nicht mehr, wie die Moves gehen, so. Oh, das muss weh getan haben. Nein, 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 nein! Ey, hör auf, hör auf! Muss du was aufhören? Fui! Ich kann auch sowas. Ah! Na, warte, wenn du sowas machst, dann block ich dich! Wie auf YouTube! Also, wenn ich die Kontrolle höre. Ah, Kopf-Mission! Okay, okay, okay. Komm mal, zweimal, ne? Dann haben wir den letzten Killer-Movie hin. Okay, also, ich kann mir vorstellen, wenn ich das Spiel so gut ankomme bei euch, wenn sie es noch gut ankomme. So, komm, steh doch bitte mal auf! Nein, 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 nicht so! Das ist doch bloß! Hörsüberlauf! Okay, wie mach ich den Killer-Move? So! Ich wollt grad drücken, ey! Ich wollt grad drücken, lass mich doch mal! Lass mich doch mal, du Kuh! Dumme Kuh! Oh, warte, jetzt kommt. Ist King Science auf die Köhme! Oh, der ist er phobisch. Oh, das war's schon! Ja gut, hat schon gereicht! Bist gespannt! das war ja gut mit killer move so wie schaut es aus es war schon also was ich mache das jetzt noch mal und zwar mache ich es anders moment ja ich habe vorhin selbst der gemacht genau deshalb was ich jetzt mache ist jetzt folgendes sorry wenn ich noch mal hier bin tut mir leid machen wir halt mal auf böse und dann auf gut doch reinkriegen also nicht von der gegnerin verletzen nein 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 das ist auch möglich soll sie reichen oder gut in den rest kämmert ja da stimmt ich wollte überspringen upsie haben die sich auch die augen verbraucht tut mir leid drei minuten gewinnen das schaffe ich das gehe ich hin aber eigentlich muss ich ja nicht mehr gut werden ich kann sie ja einfach mal irgendwie so fünf mal schauen nur kein killer move und in drei minuten gewinnt das sollte ich hinkriegen ohne probleme aber besser denn um diesen move funktioniert ja ich hätte gerne mal wumble roses triple x xxx 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 und das ist es nur auf xbox 360 So was an der E3, das hätte mich mal interessiert. Aber was soll's. Na, hör nochmal, was denkst du denn? Ohne Ladenzahl geht sofort los. Eben kein Sega-Spiel. Alter, wie sie... So was verdient meinen Respekt. Ich kann mich kaum... Die Füße fassen... Ich kann gar nicht... Ich kann mittlerweile kaum mich an... Knie fassen mit dem Stehen. Ich kann schon, aber... Ich weiß nicht, dass ich Probleme hätte, aber... Sorry, ich bin eben nicht sportlich. So sollte ich auch sein. Das muss wehgetan haben. Ei, 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 ei. Ich möchte eigentlich lieber Candy Cane oder Becky. Irgendwie finde ich Candy ein bisschen Frachtier besser und Becky so ein bisschen... Wobei, so Everylawine-like, so Candy Cane... Hat auch, das ist so ein Britney Spears-Look. Damals in... Wo bin ich denn? Ja, Britney Spears ist ja noch so ein Modi. Hat man sie... Ach so, girly gekannt und so. So, ich darf ja keinen Killer-Move einsetzen. Ich versuche jetzt trotzdem das hinzukriegen. Bitch-Slapp, bitch-Slapp, bitch-Slapp. Nein, ich mach keinen Killer-Move. Ganz sicher nicht. Ach, Spice-Up-Mischen. Brauch ich halt nicht. Nein, ich mach keinen Killer-Move. Nein, mach ich nicht. Ich mach jetzt voll auf Böse. Voll auf Böse. Ich wollte jetzt nicht schon mit den Beinen mischen, aber gut. Kein Sinnvoller... Ah, nein, 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 nein. Hör auf! Pfui. Oh, okay. Das geht auch. Ah, die hat mich! Ich hab gerade gedrückt. Muss ich zugeben. So. Humiliation-Move. Nein, eben nicht Humiliation-Move. Wie heißt es? Wie heißt es? Einfach so Humiliation, oder? Kopf-Sat-Sat-Mischen, genau. Sat-Mischen. 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 Das hat ja wahnsinnig viel funktioniert. Äh, äh, viel gebracht, meine ich jetzt. Ah, die Fetsch und Palmen, ein Level-Move gut. Aber machen wir noch nicht. Machen wir gar nicht, meine ich. Gut, gewonnen! Und wenn es so schön war, gleich nochmal. Ich bin jetzt ganz böse, sogar so. Ah, aber ich möchte noch mal. Faiteservice. Bam! 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 Äy, 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 äy! Bam! Bam, 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 bam! Bam! Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das Spiel mit Tonen zu schauen ist. Also ob ihr hört was ich sage, wenn nicht, ich hab nichts zu erzählen. Hehehe! Also ich habe grossenteils wirklich gutes Feedback bekommen für diese Let's Plays. Nettoline 5, Wanda Roses, Sakura Benkranu, wie es heißt, nein, Sakura, Segu, ihr werdet wie es heißt. Und manchmal gibt es Leute, die sich an sowas stören und sagen, ja ich mach da nur wegen Klicks. Ich habe keine Klicks, aber wenn das Spiel doch auch gleich gut ist, warum nicht, oder? Also nur meine Meinung, aber gut. So, äh, Spielegur, was haben wir hier als nächstes? Als nächstes gibt es, ich finde es auch so schade, dass man nicht mehr frei spielen kann, das ist echt schade. Als nächstes machen wir Raudi Raiko! Und zwar im Bikini. Aber mir fliegt gerade eine Motte im Zimmer rum, warum denn das? Oh ne, ist eine Wespie! Oh, gar nicht gut. Ich bin nicht allergisch, aber ich hab trotzdem nicht gerne Wespie. Alter, ich hab einen tiefen Arsch! Okay, apropos Arsch, der war's jetzt mit Raudi Roses. Bis zum nächsten Part. Danke für's dabei sein. Bis zu sehen und tschüss! 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 Tschüss!